Äh, okay. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber das ruckelt gerade ziemlich. Naja, 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 naja. Mal schauen. So. Ja, ist wieder Nacht. Machen wir es mal wieder morgen. Bei Minecraft ist es ja immer so, wenn man aufnimmt und es ist dunkel, dann sehen die Zuschauer so gut wie gar nichts, vor allem in Höhlen. Deshalb machen wir jetzt mal lieber wieder Tag. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Am Rande fällt einem dann mal schön auf, dass es gerade schon dunkel ist. Jetzt sind wir das gleich schon. So. So. Ups. Da muss ja. So. So. Und dann ist er da. So. 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 Hm, ich weiß jetzt nicht so genau. Oder? jetzt das doch müsste ich weiß nicht aber so gut aber es so gut aussieht aber mal schauen mal schauen wo haben wir es denn einmal da und dann noch die doch was ist, wenn man nicht gut so gut und dann da so gut so besser oh nee, mach mal das weg und äh dann das auch mal ich weiß jetzt nicht so wirklich das hätte man mal lassen können wo ist es jetzt? um mal ehrlich zu sein, ich hab noch nie einen Kamin gebaut gut also ich weiß jetzt nicht, ob es mit 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 netherrack so gut aussieht oder mit Holz besser aussieht ... Okay, Holz verbrennt, dann muss man wohl oder übel Netherrack nehmen, dann machen wir das hier mal, so, und dann vielleicht mal so. Jo. Sieht doch mal ganz vernünftig aus. So, mal gucken mit dem Kamin. Von außen betrachtet sieht es nämlich so prickelnd aus. Das Glas muss da auf jeden Fall weg. Hm, naja, naja. Schaut eigentlich ganz gut aus. Ja, jetzt müssen wir noch Fenster rein. Und natürlich die Einrichtung. Aber ich frage mich, ob ich die Einrichtung nicht außerhalb der Aufnahme machen sollte. Weil es ist ja schon ein bisschen langweilig, die ganze Zeit nur irgendwie da die Sachen in die Kisten tun. Und dann finde ich die Sachen mal wieder nicht. Ziemlich viel Wald hier. Das ist ja auch nicht so interessant. Nein, Dachfenster. Ui. Panoramablick. Naja, ein bisschen. So. Da hin. Da hin. Da hin. Und hier hin. Und hier das gleiche. So. Ja, ich würde sagen, einrichten tue ich dann außerhalb der Aufnahme. Also tun. Hm. Mache ich dann außerhalb der Aufnahme. Was ja, wie gesagt, ein bisschen langweilig. Ich würde sagen, das kann sich schon blicken lassen, ne? Und hiermit beende ich diese Aufnahme. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.